3, 2, 1, Maman und Lothar, down to shits, willkommen zu der nächsten Folge Lords of the Fallen von mir, dem Hannes of a Birdos.rp Äh, richtig, ich bin wieder nicht alleine, mit meinen treuen Gehilfen dabei Locker mindestens das, mindestens das Ähm, ähm, so, ähm, was ich noch in der ersten Folge sagen wollte, was ich gar nicht, äh, mich gar nicht zugekommen bin, ähm, wenn ihr schon immer mal Bock auf Dark Souls hattet, euch aber dann gedacht habt, so wie ich, habt euch Dark Souls angesehen und gedacht, uff, ist dieses Spiel genau das Richtige für euch? Es ist um Längen einfacher, es ist um Längen von der Komplexität her einfacher, Am Anfang ist es, ich sag mal, genauso schwer für, für den Anfänger, aber wenn man erst mal drin ist, ist es sehr, sehr einfach, so. Die Lernkurve ist, glaube ich, einfach nicht so steil wie bei Dark Souls, du musst da nicht so viel lernen, nicht so viel anpassen und so. Richtig, weil die Gegner sehr, sehr spartanisch agieren, sagen wir es mal so. Ähm, ähm, und, äh, was man auch noch sagen kann, Oh, One-Hit. Ähm, das, äh, zum Beispiel, ich hatte, ich hatte immer das Problem, ich hab mir, Ups, ich hab mir Dark Souls immer angesehen und mir gedacht, so, ja, das kann ich auch. Und dann hab ich die späteren Bosse gesehen und mir gedacht, so, nein, kann ich nicht. Also es gibt echt Bosse in Dark Souls, wo, wo ich einfach sage, nein, das werde ich im Leben nicht schaffen, niemals, unter keinen Umständen. Ja, das Ding ist, es ist halt echt ne Trainingssache, beziehungsweise so ne, bisschen wie der Gegner Tick-Sache. Ja, natürlich, aber wenn ich die Gegner sehe, weiß ich, dass, 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 der, nee, da ist mein Skill-Camp erreicht. Nee, das glaube ich nicht wahr. So. Also das ist vielleicht einfach nur, weil, weil ich, äh, zu sehr, sehr dorben bin, mit diesen ganzen Speedruns sogar. Ja. Weil einfach aussieht. Ich wollte es gerade sagen, Speedruns ist, uff. Ist ja easy, meine Freunde. Ja, aber das Ding ist, ich meine, man kann sich da ja viel abgucken, ne? Ja, natürlich. Man kann nicht darum zu wissen, wo musst du stehen, bei welchen Gegnern, auf welche Angriffe musst du achten, bei welchen Gegnern, aber wenn ich mir dann so, aber wenn ich mir dann so Speedruns angucke, wo die dann durchlaufen und einfach ein Boss, wo ich 18 Mal gestorben bin, die einfach one-hitten. Ja, eben, und das ist die andere Sache, wie musst du ausgerüstet sein gegen die, das ist auch wieder so ne Sache. Also ich sag mal, der Casual Gamer setzt halt viel zu wenig Zeit. Auch einen, um sich vorzubereiten. Au. Zack. Ausgetrickst. So. Ist noch so einer. Schau dir zum Beispiel den letzten Endgegner in diesem Spiel an. Ich werde selbstverständlich nicht spoilern, aber da gibt es halt einfach einen Weg, der erlaubt es so gut wie jede Mensch zu besiegen. Das ist richtig und diesen Weg werden wir auch gehen. Ja. Denn ich habe mir tatsächlich an ihm, ich habe ihn einmal regulär besiegt, das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Ja, ja, einmal habe ich ihn regulär besiegt. Ähm, aber, äh, das war's dann auch. Und das war mir, es war so nervig und anstrengend, dass ich da gesagt habe, nee, ich mache es lieber auf die Art, auf die Art ist es cooler. Und, ja. Ja, es ist auch so ein Z-Fektor, ne? Wenn man es einmal gemacht hat und weiß, okay, es geht, dann sind die anderen Male halt, naja, witzlos will ich jetzt nicht sagen, aber... Verschwendete Zeit. Ja. Und, was man halt auch hat, ist, äh, ähm, es ist halt dieses... Ach, sowas kann ich auch. Cool. Du fühlst dich gleich viel mächtiger. So, aber wir reden jetzt erstmal mit einem netten Herrn, der etwas von uns möchte. Ihr da, helft mir, bitte. Was ist mit deiner Hand passiert? Spillengift. Es brennt, als hätte mich Adia selbst berührt. Du musst die Wunde aufschneiden und das Gift raushauen. Zu spät. Es hat sich schon ausgebreitet. Dann kannst du die Ausbreitung nur verhindern, wenn du das vergiftete Glied von deinem Körper abträffst. Ihr wollt, dass ich mir den Arm abschlage? Ihr seid des Wahnsinns. Dann grüßt die Richter von mir, wenn du vor sie trittst. Das... Das kann ich nicht tun. Ihr müsst es tun. Okay. Tatsächlicherweise weiß ich, was er macht, wenn wir es tun. Aber so weit bin ich im Game nie gekommen, weil ich habe davor immer den ersten Endboss gelegt, weil ich nie das DLC gemacht habe, was es dazu gibt. Deswegen werden wir das jetzt machen. Weiter ausholen. Das ist auch wieder sowas wie das beste Schwertengame. Das kriegst du erst kurz vorm Endboss. So. Und deswegen, da wir das DLC vorher machen, brauchen wir ihn noch. Auf deine Verantwortung. Danke euch. Für die Schuld, dass du mein Leben vorhin landen. Easy erholt, ne? Lebensregeneration. Er ist ein Namekianer. Ein Geschenk des Gerichts. Als Erinnerung an meine Sönke. Ihr könnt die Axt jetzt herunternehmen. Du brauchst jemanden, der dich zusammenfleckt. In diesem Zustand machst du das nicht beinahe. Nun, ich bin der Heiler unter den Mönchen. Die Ironie der Lage ist mir bewusst. Dann hast du auch Heil. Ja, hab ich. Sie sind im Laboratorium. Aber dort wimmelt es von Roga, Bestien. Es hilft nichts. In diesem Zustand schaffe ich es nicht dorthin. Ja, dann das. Heißt, anstatt, dass uns die leere Flasche wiedergibt. Nein. Und weg. Richtig. Davon gehen wir aus. Hey. Ah, eine Truhe. Oh. Mir ist was aufgefallen, was wir vergessen haben. Wo wir unbedingt nochmal hin müssen. Was haben wir gesagt? Was kriegen wir nach jedem, äh... Ach ja, den Boss wiederholen. Ja, ja. Ne, nicht den Boss wiederholen. Ja doch, dieses Portal. Ja, richtig. Aber das ist ja nicht den Boss wiederholen. Ach ja, nee, aber dann bist du in dieser komischen Parallelwelt da. Welche Parallelenwelt? In der Welt der Roga, glaube ich, ist das. Ich habe keine Ahnung. Die Roga waren vor allem auch so Außenweltler, die in die Welt eingedrungen sind oder so. Ja, ja, das sind die ganzen Mistfücher, die ich gerade umliedle. Ähm. Ach ja, genau. Da wir ja auf das Ding geklickt haben, ist ja alles wieder da. Vor allem länge alle. So. Zack, zack. Ähm. Genau, was ich noch sagen wollte. Das Spiel kostet 1,50 in der Super Ultra Hefti Deluxe Edition. Einer der weiteren vielen Gründe, sich das nochmal zu holen. Ja. Jetzt ist echt keine Zeit für euch. Bis da lang. Bäm. So, und schon ist das Portal auf. Da gehen wir jetzt rein. Und manchmal ist es nur so wie hier. Nämlich zwei nette, drei nette Truhen, die man aufmachen kann, wenn das wieder nicht rumbackt. Ach ja, die sind gar keine Gegner, ne? Genau. Es gibt aber auch welche, wo man Aufgaben lösen muss. Manche Aufgaben sind cool, manche Aufgaben sind bleh. So, leere Flasche. Und ein Anhänger. Geister Rufschwitter und ein neues Schild. Also es lohnt sich schon, immer wieder in diese Dinger reinzugehen. Ja, auf jeden Fall. Versiegelte Rune, Magie später, genau. Wir haben jetzt auch, durch die Cutscene haben wir die Axt bekommen. Die, unsere, im ersten Playthrough weiß ich noch, dass unsere, unsere, unsere Boss-Töter-Axt. Weil wir genau genug Stärkeanforderungen hatten, um damit alles umzuwerben. So, genau. Wir haben jetzt auch das, äh, das Bollwerk-Schild. Was hart schwer ist. Deswegen werden wir das erstmal nicht benutzen. Und bleiben beim Löwenschwert. Ähm. Und dann haben wir noch unsere Splitter der Helden. Und hier unseren ersten Ring. Treue Anhänger. Äh. Leider weiß ich nicht mehr, was der macht. Denn es steht da nicht bei. Das ist, das ist das... Richtig. Guck dir mal nach, weil das haben sie irgendwie verkackt. Irgendwie Texte dazu zu hauen, was, was die Schmuckgegenstände halt machen. Ja, ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen, musst du es selbst daraus finden, blablabla. Ja. Aber nur, wenn du ins Wiki guckst. Und das findest du, ist nicht raus. Ähm. Weg mit dir. So. Dann werden wir nämlich nochmal hier hingehen. Zack. Zack. So. Nehm ich dann den nächsten in Ausdauer stecken. Das ist nämlich super wichtig. Dann hier. Genau. Glaube 12. Wir haben jetzt, glaube ich, glaube 8. Das könnte dann nämlich alles noch ein bisschen dauern. Also wir müssen den eigentlich erst mal auf 15 hochpushen. Damit das alles was bringt. Ja, blöd ist hier immer noch auf Englisch. Anhänger müsste doch sowas sein wie. Soll ich dir das Bild zeigen? Ja, nee, alles gut. Okay. Ich find das schon. Ich will mal eben gucken, ob wir da jetzt schon hin können. War das hier? Ja. Ähm. Hier war das. Zeig mir mal vielleicht doch das Bild. Ja, war der eben? Weil ich glaube, ich weiß welches es ist. Aber das heißt komplett anders. So. Und zwar ist das da. Jo. Faithful Disciple. Erhöht deine magische Regeneration. Ah. Okay. Eine andere coole Sache. Was mir erst, ich glaub, im dritten Playthrough oder so aufgefallen ist. Das hier. Na geil. Hallo Keller. Richtig. Hallo Shortcut. Und hier haben wir jetzt den kleinen Kellerschlüssel. Und hier kommen jetzt echt fiese Gegner. Aber dadurch, dass wir relativ gut ausgerüstet sind und das hier können. Aua. Ja, der Damage ist schon heftig. Ja, ja. Vor allem, der hat ja Durchschlag damage, ne? Ja. Der macht mich tot. Nein, der macht mich nicht tot. Alles gut. Ich mach nur das. Das ist halt, das ist halt nämlich auch das, was halt auch Dark Souls hat. Es ist egal, wo du lang gehst. Du kommst theoretisch gesehen überall lang. Egal, ob du das Level hast oder nicht. Ja, ja. Deswegen, deswegen sind hier ein paar Gegner vielleicht bei, die ein bisschen stärker sind. Aber auch solche normalen Gegner. So. Und ich weiß, dass es hier noch ganz coole Sachen gab. Hier, das Ding hast du zum Beispiel auch nie gesehen. Hier warst du auch noch nie drin mit mir. Hier merkt man zum Beispiel, das ist ein etwas stärkerer Gegner. Aber auch das ist kein Problem. Ja, der ist blind. Das ist das Problem. Ja, da hole ich ihn aus. Aber. Ein bisschen. Ja, der tut weh. Aber. Mist. One by one. Dürft ihr eigentlich nicht wieder aufstehen. So. Und weiter geht's. Warum bist du denn jetzt über den Weg gelaufen? Oh, Gottes Willen. Hier liegen ein paar Items, die ich haben will. Oh shit. Oh boy. Oh, ich bin jetzt wohl so aufgedacht. Oh okay. Ja. Er und das sind. And I'm bad. Uiuiui. Okay. Ui, das sehe ich jetzt gerade erst. Okay, in 60 FPS Rändern ist bei meiner Maschine nicht so geil. Ich brauche irgendwie noch eineinhalb Stunden. Für dieses 24 Minuten Video. So, und jetzt könnte man zum Beispiel die Geisterrufschlitter holen. Wir können es ja mal zeigen. Und unsere Erfahrung ist wieder da. Okay, wir gehen da nicht lang. Ich warte. Ich bin fast genannt, wie die Erfahrung. Und nee, 200 noch was. Einfach nur, dass ich es mal gezeigt habe. Ja, ja, okay. Wir gehen da erstmal nicht lang. Ich glaube, wir gehen dann nach dem zweiten Boss oder so. Gehen wir da nochmal wieder hin. So, und die Gegner kann man hier alle ruhig mitnehmen. Klar. Wow. Richtig. Daneben. Ist ja ein Ding. Falschungsschlag. Richtig. Die lassen wir mal Gegner sein. Nehme ich hier lang. Also, ich nehme auch in 75 FPS auf. Ja, sehe ich sogar bei dir allerdings. Also, das aufnehme ist ja auch gar kein Thema. Das habe ich bei Smite ja auch hingekriegt. Aber jetzt halt das Rennen im Namen. Ja. Ja. Gibt es 90 Prozent. Aber ich renne da vor allem auf 60 wieder runter auf 30. Weil das andere wäre irgendwie noch länger gewesen. So, lalalalalalalala. Wir laufen immer hier lang. Und gehen hier rein. Ist das belastend, Alter. Ja, deswegen. Und bei mir hat das dann, glaube ich, nie wirklich einen Unterschied gemacht. Deswegen habe ich es immer gelassen. Aber damals hatte ich noch meine alte Schrottmühle. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der hier wäre. So. Hier. Bleibt weg von mir. Tut mir nicht weh. Hab nicht vor, dir was zu tun. Ich danke euch. Doch habt Verständnis. Die Zeichen auf eurem Gesicht. Ihr jagt mir Angst ein. Das sagt der mit der Maske. Ja. Ich trachte dir nicht nach dem Leben. Moment. Oh, lol. Okay, jetzt nochmal mit ihm reden. Ja. Ich kann euch nichts geben. Lasst mir mein Leben. Das könnte es mir geben. Wir sind überall Dämonen. Du solltest besser verschwinden, wenn du leben willst. Alle haben sich in der Zitadelle in Sicherheit gebracht. Antanas hat geschworen, dass er den Weg zum letzten Eingang markieren würde. Aber ich kann diese Zeichen nicht suchen, wenn überall diese Ungeheuer lauern. Ich sitze in der Falle. Mal sehen, ob ich diese Zeichen finden kann. Hört mir genau zu. Mit diesem Objekt könnt ihr Antanas Zeichen entdecken. Soweit ich weiß, gibt es drei davon. Bitte, findet sie. Habe ich nie gefunden. Hört zu mir zurück, sobald ihr Antanas Zeichen... Ich habe überall gesucht. Wenn ihr mir hilft, gebe ich euch im Gegenzug etwas, das euch sicher interessiert. Antanas Wegweiser. Ich habe es... Ich habe wirklich überall gesucht. Ich habe sie nie gefunden. Ich weiß bis heute nicht, was es uns gibt. Kann ich auch mal schauen. Nicht einarmiger Mönch, was gibt er uns? Also die Zeichen findest du alle auf irgendeinem Brücken. Findest du gerade zwei von dreien auf der gleichen Brücke. Das ist ja nicht mal Motivation, ey. Aber es gibt auch eine Tür, die habe ich bis heute nie aufbekommen. Und ich sehe von oben immer, dass da unten eine goldene Truhe ist. Und das fuckt mich so ab. Ich weiß sogar, welche das ist, denn die erinnere ich mich noch grob. Und ich weiß... Und ich habe auch überall gegoogelt. Ich habe nie gefunden, wo du diesen Schlüssel herbekommst. So, ja, ich möchte die Truhe mit der Rune öffnen. Ja, ich weiß jetzt hier auch nicht, was das bringt. Ha, lebendige Elemente. Na, vielleicht finden wir die einfach mal. Dafür muss ich aber die Dinger ausfüllen, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Dann mache ich das gleich mal. Steht er denn auf welcher Brücke? Das ist sowas, was mich echt noch interessiert. Neunte Nachtwache. Wie konnten die Roga ins Innere der geheiligten Mauern der Artei gelangen? Sie sind aus dem Nichts erschienen. Ach, wie kann man das von mir? Ich muss die anderen warnen. Ist hier nicht ein Schalter? Ach nee, der Schalter ist draußen. Hoppla. Dann gehen wir erst mal hier lang. Ne, warte, Moment. Da lang. Ich habe ein YouTube-Video. Okay. Tür ist verschlossen, Gottverdammt. Muss ich mir nachher mal angucken. Vielleicht erkenne ich die Brücke. Das ist vor allem aber nur die dritte. Ah, die sieht man halt ziemlich offensichtlich. Das ist bei so Feuerstellen. Nicht wie sowas, oder? Joach, da ist die. Da ist einer davon. Ah, lol. Ja, muss ich gleich mal gucken. Haha. Der Handschuh. Die sind vor allem alle da, irgendwie. Also ich habe hier ein Video, das geht halt echt 40 Sekunden. Und da siehst du, glaube ich, alle drei. Ah. Genau. Wir haben den mysteriösen magischen Handschuh. So, hier ist nichts. Warte, warte, warte. Da vorne. Nein, er ist ja völlig gereicht. Lol. Sieht hier halt einfach nur genau so aus wie die Brücke in dem Video. Ich muss... Das schreibt mich jetzt nicht. Wie gesagt, ich gucke es mir gleich mal an. Ja. So, bevor wir jetzt da hinrennen, will ich hier mal speichern. Okay, oder erst das. Sag mir, wo es ist. Wo ist was? Ach, verschwinde. Das geht dich nichts an. Ja. Wir sind ein Gesetzloser, ne? Dann lass dich nicht von mir stören. Was war das denn? Das sind alles Lügner und Verbrecher. Anstatt zu helfen, haben sie meine Familie bestohlen. Und keiner weiß, was sie mit der Wegforte anstellen. Mit der Wegforte? Eine Tür zu unerreichbaren Orten. Orten, die Geheimnisse verstecken. Geheimnisse von großer Macht. Warum glaubst du, dass es so eine Farbe wirklich gibt? Es steht im Buch der Ahnen. Und das Buch lügt niemals. Die manche haben dich bestohlen. Hab sie immer für Bücherwürmer gehalten und nicht für Langfinger. Sei kein Idiot. Ich bin ein Gedrennen, genauso verdorben wie die Menschen draußen. Sie haben die Dorfbewohner bis zum Todelgeschritt. Das ist, glaub ich, dieselbe Synchronstimme wie einer von Criminal Minds. Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Möglich, mir kommt ja auch nicht unbekannt vor. Kein Zutritt für Fragen. Verbrecher dürfen auch nicht hier rein. Trotzdem stehst du hier. Wenn das ein Verhör werden soll, dann erzähl mir von dieser Sternkarte auf deiner Visage. Nicht? Sag ich mir schon. Also haben wir beide unsere Geheimnisse. Gut. Ja, ich muss los. Tschüss. Wie du willst. Schnelles Ende der Unterhaltung. Richtig. Äh, nee. So. Oh, dreimal können wir zuhören mittlerweile. Fast viermal. Das Pferd ist ganz zu Götchen, ist schon heftig. Nee, ist halt ein bisschen Pringels, ne? Ja. Boah, ich weiß, als wir den dritten Postfach 18 mal besichern haben, wie wir rumgeschrien haben. Nachts um zwei, Alter. Ja, fass mich. Und sein Schild war ein Meisterwerk der Schmiedekunst. Es ist seltsam zu lesen, dass ein Herrscher auf solche Dinge Wert legen würde. So. Es ist kein Wunder, dass er in all den Schlachten, die er führte, treuesten Gefolgsleute hatte. Nee, okay. Es gibt ein paar, äh, Waffen, die man nicht mit einer Hand füllen kann. Das sieht dann sehr witzig aus. So. Hier ist die nächste Truhe. Ah, lebendige Elemente, Pine, Magie-Schlitter. Pine ist eine... Pine ist der beste Name für eine Waffe. Pine ist eine Glaubenswaffe, also juckt es mich nicht. Lebendige Elemente, gib mir mehr Schutz und es gibt mir halt mehr Schutz. Und es ist halt super leicht, what the fuck. Oh, Pamela. So. Zack. Wie leicht wir sind, Alter. Kann ich sogar das Schild anziehen. Easiness. Leicht wie eine Feder. Richtig. Und ich muss ehrlich sagen, das Spiel ist vom Gegner-Design her und vom Rüstungs-Design, ich find's mega nice. Absolut. Das ist mehr als solide. Vor allem halt auch ein roter Faden, ne? Also jetzt nicht so, dass du am Anfang gute Sachen hast und später scheiße, sondern ganz im Gegenteil. Okay. Ich wollte doch wegspringen. Alter, ich... Okay. Okay. Oh ja. Achso, diese Angriffe, ne? Wie dieser gerade. Ah, nein, Dot. Heißt ja, das Gift, ne? Ah, shit. Okay. Egal. Holen wir uns wieder. Sollte nicht das Problem sein. Äh, so. Es sind auch nur 200 noch was EP. Äh, äh. Boots. Weck gemacht, die Sau. Warte mal, hab ich hier... Hier wird das... Ich hab das Tor hier aufgemacht, oder? Ja, sehr gut. Ey. Slow-mo. Ich hab keine Ahnung, wann sich die aktiviert und wann nicht, ne? Ich glaub, ich so ein bisschen wie bei Sniper Elite. Ne, da ist, äh, da ist das immer on point. Ja. Ja, aber du mir hier halt irgendwelche bestimmten Differenien treffst vielleicht. Ja. Ich muss auf jeden Fall... Das wollte ich noch mit Dominik mal wieder durchspielen. Alter. Okay. Bam. Easy. Warum bin ich jetzt gerade gestorben, äh. Zack, Erfahrung wieder. So, hier war noch irgendwo ne Truhe, da. Dorn. Äh, ist halt lächerlich, ne? So. Eine Tür. Ich wunder, sie ist nicht verschlossen. Oh Gott. Äh. Äh. Wir gehen hier lang. Eng. Sehr eng. Ja. But I don't give a damn. Ah, ich glaube, hier kommt man nicht lang. Welch Wunder, sie ist verschlossen. Oh, eine Tür, sie ist verschlossen. Oh, eine Tür, sie ist verschlossen. Da weiß einer, wie man zumacht. Richtig. Wenn nicht jede Beschüssel gibt. So, wollen wir nochmal gucken. Ey. Hier noch irgendwas ist? Ha! 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 Richtig. Kein Flaschenöffner. Achso. Oh, hoppala. Moment, da müssen wir noch eben hin. Äh. Da geht's hoch. So, und jetzt nicht daneben fallen. I believe I can. Los. Los. Fall. Nun falle er. Fly. Na. Oh, lai. Ah, so. Gib doch. Turmschlüssel. Ha! Okay. Wä! Das war der Falsche. Zack! Zack! Weggenudelt, ey. Schlüssel benutzt. Ah, ja. Ich kann so vor allem hart, wenn diese Aufnahmen nichts wirklich gerade rendern, ne? Weil es so fucking lange dauert und ich halt einfach nicht weißt, wie das ist, wenn du von Quelle 60 FPS auf Ergebnis 30 FPS rendern. Oh, guck mal, deine Waffe, die vielleicht stärker ist, aber ich glaube nicht. Oh. Ich hätte es einfach bei diesen Dings belassen sollen, wenn es eine Stunde länger gerendert hätte. Hätte ich es halt über Nacht rendern lassen. Ja. In der René etwas, das funktioniert. Richtig. Oh, Gott. Oh, Mann. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Nein! Oh, Gott. Du bist ja sehr lucky. Ja. Oh, leck mich. Egal. Ich mache jetzt erst mal auf. Das wollte ich nämlich eigentlich machen. Schnell da wieder weg, ey. So, trinken. Zack. Easy. Liss. Und schon sind wir wieder hier. Yay. Ah, ne, warte, hier waren wir noch gar nicht. Bam. Bam. Ups. Eine Schelle noch. Oh. Eine ordentliche. Zack, so ungeniedelt. Na, noch mal. Ich glaube, er hat keinen Bock mehr. Bist du dir sicher? So, noch eine Truhe. Da, 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 da. Heißes Blut. Ja. Langweilig. Lachhaft. Was ist das eigentlich für ein Vieh? Auf jeden Fall ist es mächtig. Ein Bär. Das ist ein Bären-Elch-Monster. Bären-Elch. Thomas, die Lokomotive. Das ist es. Ah, und jetzt sind wir wieder hier. Jetzt ist Thomas die nukleare Bombe. Ach ja, diese heftigen Fenster. Okay. Okay, warte mal, wie schön haben wir das? Wir haben es 23,45, wir haben 32 Minuten, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. 25, 23, 25. Richtig. Hau da rein, bis zum nächsten Mal, lass es sich gut gehen. Ciao. Tschüss.